Komm schon, nur einmal abbeißen. Eigentümer von dem Zeug bin ich, weil es ich bin. Kann ich wenigstens meinen Baseballschläger wieder haben? Ja. Danke, Sie sind ein guter Wärter, nicht so wie die anderen hier. Haben Sie denn kein Misstrauen? Ich misstraue der ganzen Welt. Und in Angesicht meiner Situation ist das, glaube ich, auch nicht wirklich verwerflich. Zum Thema Vertrauen soll ich vielleicht außerdem noch eine Sache sagen. Ich vertraue jedem. Eine meiner größten Schwächen. Der Stoff haut rein. Ich weiß nicht, wie du es in der Welt hast. Nö. Boah. Oh. 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 Oh.